Meine Damen und Herren, ich heiße Sie recht herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung im Rahmen unserer aktuellen Reihe Forum Universität und Gesellschaft Digitale Welt, analoge Erfahrungen. Und ich darf Ihnen noch einmal diese Folie zeigen. Sie ist ein Rückblick jetzt. Wir haben im November gestartet. Wir sind jetzt fünf Monate später und es ist die allerletzte Veranstaltung im Rahmen eben dieser Themenreihe Digitale Welt, analoge Erfahrung. Man kann fast sagen, eben alles, was einen Beginn hat, das hat auch ein Ende. Sie erinnern sich, das ist aus dem Film The Matrix. Und das ist auch der absolute Tiefpunkt der Populärkultur, die ich heute bringen werde. Und alle nachfolgenden Redner werden natürlich um einige Etagen höher sich bewegen. Wobei noch gesagt sein soll, dass dieser Spruch auch immerhin auf einen alten philosophischen Diskurs zurückgeht. Insofern durchdringen sich ja Kultur, Populärkultur und höhere Kultur, Bildungskultur wechselseitig. Aber das ist heute nicht unser Thema, sondern wir gehen eben auf den Einfluss von Kultur ein. Und das ist ja wahrhaftig noch etwas sehr Spannendes. Kultur, wie reagiert Kultur auf Digitalisierung und umgedreht, was kann in der Kultur dargestellt werden mit Bezug auf Digitalisierung, auf die Herausforderungen der Digitalisierung. Also diesen doppelten Einfluss wollen wir heute ein wenig nachspüren. Und wir haben wie immer kompetente Referenten und vor allen Dingen habe ich einen sehr kompetenten Co-Moderator heute an meiner Seite, der auch in der Programmkommission eigentlich ganz wesentlich mitgewirkt hat, gerade für die Programmierung dieses Themenblocks. Und mein Kollege Peter Schneemann ist natürlich bestens geeignet, uns heute viel höher als ich das jetzt mit diesem platten Zitat von The Matrix eingeführt habe, was übrigens etwas mit Digitalisierung zu tun hat. Sie erinnern sich diesen Film nicht, wo die Leute verschwinden in einer digitalen Sphäre und gar nicht mehr real existieren. Insofern war das gar nicht so ein platter Vergleich. Aber Peter Schneemann, ich bitte Sie jetzt das Wort zu ergreifen und uns wirklich wissenschaftlich darzulegen, was es mit dem heutigen Programm auf sich hat. Ja, vielen Dank, Herr Mörach. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. Als Direktor der Abteilung Gegenwart, Kunstgeschichte der Gegenwart ist es selbstverständlich, dass mich das natürlich sehr freut, dass wir auch angefragt worden sind und dass mich diese Frage beschäftigt, welchen Stellenwert die Kunst in dieser Diskussion, die Sie jetzt über ein längeres Programm verfolgen konnten, einnehmen kann. Kompatibilitätsprüfung haben wir es genannt und auch der Themen, die Themenüberschrift des gesamten, der gesamten Reihe, analoge Welt, analoge Erfahrung, digitale Welt, das sind die Punkte, die selbstverständlich in der Kunst und in der Kunstgeschichte ganz wesentlich verhandelt werden. Ich möchte aber noch etwas dazu sagen, dass es natürlich ausgesprochen aufschlussreich ist, dass in einer solchen Reihe, die sich mit politischen Implikationen beschäftigt, mit Digitalisierung und Bildung, Digitalisierung und Wirtschaft, Digitalisierung und Privatsphäre, ganz zum Schluss dann die Kunst aufgerufen wird. Und das zeigt sehr schön, wie in anderen Diskursen ebenfalls, dass es natürlich um die schwierige und für uns ganz zentrale Frage geht, was heißt das? Sind wir diejenigen, die noch ein bisschen Reflexion nachträglich liefern? Haben wir die Vorstellung, dass die Kunst in irgendeiner Weise dann auch noch darauf reagiert? Gehen wir davon aus, dass die Kunst, die Digitalisierung und die digitalen Medien unbedingt unmittelbar und selbstverständlich aufgreifen muss, um gegenwärtig zu sein, also diesen Nachvollzug anstreben sollte? Oder können wir vielleicht die Gegenthese vertreten und sagen, wenn Sie vielleicht gestern durch die Museumsnacht sich durch Bernd treiben ließen, konnten Sie das vielleicht auch verfolgen, wie plötzlich Museen und die Kunst eine kompensatorische Funktion übernehmen und wir in einer Welt, in der fast alles inzwischen digital vollzogen wird, etwas suchen, was mit der Unmittelbarkeit, der Sinnlichkeit, der Materialität, des Handwerklichen zu tun hat. Also dass plötzlich das Museum, das in seiner Geschichte immer damit gespielt hat, mit dem höchsten Anspruch der Illusionserzeugung, der Fiktion, der Imagination, plötzlich dafür steht, uns eine Erfahrung zu gewährleisten, bei der viele von uns Angst haben, sie zu verlieren. Sozusagen eine vergangene Kulturtechnik des Analogen. Wir lieben plötzlich so etwas wie den Dilettantismus oder das Nicht-Perfekte, das Rohe, Bearbeitungsspuren und die verschiedenen Möglichkeiten, Werke auch taktil sinnlich zu erfahren. Ob bei der Erfindung der Fotografie, dem Siegeszug der Videokamera oder der Vernetzung im Internet, neue Technologien führten immer auch zu einer Neubestimmung der Stellung der Künste gegenüber der Welt und gegenüber der Gesellschaft, innerhalb der Gesellschaft. Die Veranstaltungsreihe des Forums machte überaus deutlich, dass es sowohl um Zukunftsentwürfe und Utopien einer Informationsgesellschaft geht. Denken Sie etwa an das Argument, das für die Kunst sehr wichtig war, das Versprechen einer großen Demokratisierung des Zugriffes auf die Kultur durch das Fernsehen. Also auf der einen Seite diese utopischen Entwürfe einer Verfügbarkeit der Kultur für alle und auf der anderen Seite die Dystopien der Überwachung der Steuerung, also Dinge, die wir in der Kunstgeschichte abhandeln über Fragen nach der Politik des Blickes. Also einer sehr politischen Dimension dieser Frage, wer bildet wen ab? Wer zeigt wen? Welche Blickrichtungen forcieren wir, bieten wir an? Muss also die Kunst der Gegenwart selbstverständlich die digitalen Medien nutzen, um ihre Zukunftsfähigkeit zu bewahren? Oder aber versprechen wir uns diese angesprochenen kompensatorischen Fähigkeiten? Unsere Referentinnen und Referenten werden Ihnen nicht nur zeigen, wie die digitalen Medien unsere Rezeptionspraxis verändern, sondern vielleicht auch, welch entscheidenden Beitrag künstlerische Strategien zu einem kritischen Umgang mit den digitalen Medien leisten. Die Kunst hat und muss in dieser Beziehung einen ausgesprochen starken politischen, ideologiekritischen Punkt einnehmen. Es geht nicht darum, dass wir eine schöne neue Ästhetik nur erleben, sondern dass wir uns positionieren in der Frage, was dies heißt. Also der verwendete Begriff der Kompatibilitätsprüfung soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass manch konventionelle Kategorisierung, etwa analoge Erfahrung hier, digitale Sphäre dort mit einer klaren Trennlinie in den Künsten nicht mehr gilt. Vielmehr geht es, und das ist das Spannende, um hybride Formen der Kunstproduktion, hybride Vermittlungssituationen, übersetzte Präsentationen, verschiedene Möglichkeiten der Rezeption. Es geht also um Praktiken der Übersetzung, der Simulation, der Emulation, der ständigen Angleichung und Übersetzungstätigkeit. Diese wechselseitigen Verschränkungen gelten auch für neue Wechselbezüge zwischen Kunst und Wirtschaft. Unsere momentane Vorlesung etwa in dieser Abteilung beschäftigt sich mit Asset Aesthetics, also die Frage, wie Ästhetiken der Wirtschaft in der Kunst aufgegriffen werden. Und da spielen natürlich die digitalen Medien und die Digitalisierung eine sehr wichtige Rolle. Gut, ich bin schon am Ende. Ich freue mich auf eine sehr anregende Diskussion. Wir haben Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus der Forschung, aus der Vermittlung und aus der künstlerischen Praxis für dieses Programm gewinnen können. Die Zivis legen aus. Deswegen möchten wir da gar nicht so viel Zeit für verschwenden. Aber wir fühlen uns ausgesprochen geehrt, dass diese Einladung von uns auf so ein wohlwollendes Interesse gestoßen ist. Die erste Referentin, die angefragt wurde und direkt zugesagt hatte, war Frau Himmelbach vom Haus der Digitalen Künste in Basel. Und sie hat uns dann aus privaten Gründen leider absagen müssen. Und ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Mader, die die Forschung in Luzern, in der Hochschule Luzern maßgeblich prägt, sehr spontan und direkt zugesagt hat. Und sie interessiert sich in ihren Forschungen mit den Fragen für die Fragen der Selbstorganisation der Künste, der Beziehung zwischen Institution und Kunstproduktion und unserer Rahmung der Rezeption der Kunst durch diese Institution. Bitte begrüßen Sie Frau Dr. Mader. Vielen Dank.